Hallo liebe Leser von Verona Diaries. Hallo liebe Leser von Verona Diaries. Hallo liebe Leser von Verona Diaries. Hier ist euer Verona Diaries Team. Ich glaube wir können es nochmal... Hallo liebe Verona Diaries Anhänger. Schon wieder zu spät. Hallo liebe Leser von Verona Diaries. Das war schon falsch. Hallo liebe Anhänger von Verona Diaries. 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 Und ansonsten, hier ist Ostern? Nö. Mach mal, ich glaube das ist die Stelle an unsere... Und ansonsten gibt es hier nächsten Tagebucheintrag. Nächste Woche zu Ostern. Wir befinden uns hier direkt in dieser Stadt, Verona. Und wenn ihr genau hinschaut, dann auch nicht. Und wenn ihr genau hinschaut, das ist die Stelle, da so aufzulachen. Dieser schnöde Bagger. Ich kann den Text nicht. Und ansonsten, alles was wir hier erfahren und erleben und dergleichen, und das glaubt, das ist ein bisschen zu vertext. Tja! Das hier ist das... Was... 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 Hier natürlich eine Verona. Und ich blick jetzt... Hallo! Hi! Warum grinst du? Oh shit! Unsere Tour... mit dem Schles Apostoli. Und Dippelstück... Was brennst du denn nun? Und herzlich willkommen beim großen Verona Diaries.com Special. Auf den Spuren von Eva... Blablabla... Und Eva... Ich hör zu spät. Wie sagst du nicht 3, 2, 1 oder so? Na, freut mich, ich mich anziehen. Ich bin irgendein Schleswig-Hals. Mal reinen. Woh! Hä? Warum? Woh! 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 Tolle Woh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020